Oh, Friedhoff. Der ist schon ein Typ. Oh, nee. Oh, nee, du. Der hat keinen Kopf. Der hat einfach keinen Kopf und einen Hut auf. Was ist da los mit dir? Ei. Sterben. Ah, nee. Oh, Gott. Oh, Gott. Krebs, ey. Oh, scheiße. Was geht denn? Spam, Spam, Spell. Ich hätte gerne mal so einen Superspell. Was bringt mir das Fleisch? Super. Ja. Ist vollgebracht. Was? Spinne. Ist ja nice. Ah, Spinne. So, wir können hier mal... Weil sonst wäre das echt ziemlich viel. Mann, also es ist auch oft Action. Das ist ja saukrasse. Macht saukäßig Spaß. Also ich kann es nur mal empfehlen. Das wäre auf jeden Fall definitiv alles Zeug, was ich so finde. Oh, mein Gott. Das ist abgeschmiert. Das wäre gerade fast abgeschmiert. Musik ist so geil. Oh, was geht hier? Alles senkrecht. Ah, du hast keine Augen. Du hast keine Augen. Geh weg. So, jetzt friss, 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 friss Magie, friss. Iban ist super, duper Mage. Zauberstab. Junge, still heftigens hier, Banane. Ja, äh, Quest. Ich muss mich ja irgendwo hin retten gehen. Naja, das gibt es ja nicht. Zwei Leben, die sich nicht regenerieren. Weg. Scheiße. Kann ich steigen in den Turm? Ohne, dass da jetzt was komisches kommt. Hier ist es anscheinend safe. So. Puh, total viel... So, Possible Quests, ja. Not started. Talk to its own. Dexilo fragt nie. Minus 772 und 1572. Moment, ich schreib mir das auf. Ei, ach da, kritzle eh. So. Minus 772. Minus N5. Minus 572. Sekadmesi Jürgen Wilder. So. F3. so neun zwanzig so besseren zauberstab finde ich schon mal super ja ich finde das so total das random rumgeklickt du wurstel auf den dingens voll strange ha ha jetzt wurstel klick schnell weiter rennen schnell weiter rennen koordinaten suchen so wir laufen ja noch mal fast zurück wir laufen zurück da ist die glaube ich die stadtmauer scheiße sie müssen zwei ist er in der stadtmauer drin der typ so wie es aussieht hier einfach wieder die horden von mobs ist er sich da treten alter hat der verrat gefailt ist er das da das ist er das ist er einfach alter so enzahn moment ja ja mein Name ist enzahn und i am now a retired knight if spend most of my life fighting for ragnis army just like you i know i know how hardy and how hard it is it must be to recruited at this time oh god something that could be you well i don't have it but my brother i can't i can't i can't be to my brother follow this road he is the entrance of the niflar forest you can't miss him tell him i sent you he can be such a jerk too strange or something time yeah in sans brother was ist dann los wo bist du dann ja hi tell her von der villager hinterher i don't know wir müssen jetzt dieser straße folgen wir folgen die straße ich bin jetzt einfach durch so au what the fuck war das denn bitte ach da einfach aber der folge ist hier auf schloss für die pros ey du was ein level bist du digger sieben also wir suchen jetzt ein schloss das ist interessant wie sieht die musik aus macht die musik an deutsch genau so und wie heißt der typ den wir jetzt suchen wir müssen jetzt einfach nur random dieser straße folgen ok ist ja interessant lauf so und irgendwann soll da ein schloss kommen okay ich 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 kann ich kann du benutzen oh mein brother sorry ich weiß ich habe etwas das kann das doch ich schloss was ist das ist wie das rotes pute Tester das als Feier ein noch nicht für das das Erwachsen für Jusen der BKT und der BKT die Musik die das ist so wie gesagt und ist ziemlich schnell vorgesehen von der straße sie spielen der im in in auge explodet platzt als auch schulost auch jetzt ich sehe nix Das hat mich für ein Knockback, das ist ja sauggross Hi Hello there young traveler, I can see that you are looking for a challenge Well I got for you see you're looking for a special figure plant named ZAKRUMB I have heard that the cave may contain some, unfortunately it is infused Ok, we should now go into a hole where we are now And then we will besuchen Aua Ah, there is a lot of spin Ah, no, okay Wow, that's what I'm doing So, ahh Ah La 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 Au, oh, 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 klar Oh Gott, ich kriege Krebs, ey, das gibt ja nicht Scheiße, wie viele Ah, ne, 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 oh Gott Erstmal wrecken Erstmal heiltran saufen Scheiße, Alter Wie viele Wir suchen eine Blume Sehr unused skill point Ja Ja Wo müssen wir Ist es das da? So So Aaaaah Ich kippe auf Katole I need more I need more I follow you Ich sag mal das jetzt einfach alles an Oh, das reicht denk ich Oh, das reicht So, jetzt gehen wir wieder nach hoch Oh Oh, ja Schlecker Oh, kräble Arsch Scheiße Fick dich doch, ey Tricksack Ja, bist du gestorben? Was ist jetzt davon? Ne, ich glaub wir laufen noch an die Treppe hoch Eatsch einfach mal Oh, eine Kiste Ist wohl gelootet hoch, ey Ach, kack, Zauberstabe Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Probe ich konnte auch nicht schüttelst schweißen aber auch bei dann an was ein Bruder auch kräftig in den in die ja ich sterbe schon wieder fast man halt dran ist auf strecks Spinne Herrgott was I want from me das ist dunkel das ist natürlich super das magische Benedikt ist mein geschnitt ich würde sag ich mach immer eine Aufnahmesession so alle zehn Level kommt das ah wie viel leben und du bitte was mit dir hi yes this is actually what I wanted ja das ist was er brauchte quest completed spider cave plus experience plus 18 emeralds oh cool ah thank you oh my god was ist los nein nicht abschmieren ich ne ne das gibt's nicht das schmiert einfach ab boah das gibt's nicht mir ist schon ewig minecraft einfach nicht mehr abgeschmiert also anscheinend das zieht ganz schön das Zeug so so sieben sieben was ok oh gott ja klar ja ja drecksack fuck 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 auch einfach lass mich in ruhe ich würde gerne ich würde gerne raggen oh ne oh was zum was was willst du denn wieso greift die scheiße mich an was willst du denn scheiß drecksratte ey wie mein sauberstab getroppt genau so gut wie meins geil def 19 4 level 11 was hab ich def 9 20 12 10 so 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 nee ach scheiße teine ja ich hab zwei brauche ich nicht boah ich bin einfach gestorben hm wir können ja nochmal was skillen äh ne das ist falsch da ist unser skill ding wir haben 10 skill points jedenfall mal dass wir das mal 5 haben 5 prozent more damage per points ähm double damage da können wir mal auf 2 gehen bisschen auf leben würde ich sagen so chance of dodging all damage verstehe ich ne so aber wir gehen wir das jetzt einfach noch so beides auf der match so was können wir denn damit machen ach da ist ein shop aber armer merchen armer merchen armer merchen 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 wo se der wo ist er denn 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 wo ist los boah wie sie mich einfach dahin getötet haben das gibt's ja dafür mit find ich echt komisch. Also ja, eine Aufnahmesession wird dann, also die erste Aufnahmesession beziehungsweise jetzt schon die zweite, wird dann so sein, so alle 10 Level ungefähr, dass ich es eingrenzen kann. So, ich werd jetzt wieder da hinten hingehen, oh mein Gott. Warte mal, ich verbrauch beim Rennen auch, Mahna. Wie scheiße. Nicht jetzt mal wie scheiße das mit Brun. Oh, das ist grad nix. Das ist Hakaga. Ich erzähl nix p. Wie viel brauch ich denn gleich bis zum nächsten Level, Alter, da bist du voll fast ey. Äh. Was fälschst du? Auf der Item identifige. Ehhhh. Null xp. Hure. Warte noch. Lol. Megazauberstab. Boah, Alter, wie sie hier looten. Boah. Hm. Ist ja schon interessant. Parade. Ist die Musik so geil da denn? Ist ja so na. Ich hab rage. Geh weg. Ja. Jetzt ist das. Was ist das? 13 was ist denn mit euch los der scheiße der grieb hh alter nein da war tricher level 13 alter was willst du denn geht doch ich hoffe du stirbst aber jetzt stirb und ob felix 35 zu sein super du beim gegner ane mit von hinten mit von hinten da war es mag oh gott oh gott gleich level 9 so jetzt so level 9 ja leute ich spende das diesmal dann mit level 9 wir sehen uns dann das nächste mal mit einer neuen runde wincraft tschüssi